Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spongebob Spannkopf, The Cosmic Shake. Okay, der hat extra dorthin gezählt. Warum? Du hättest mich im Wilden Westen lassen sollen, Minion. Ein Gefängnis ist immer noch besser als eine Welt ohne Geld. Sorry, Mr. Krabs, aber ich werde alles wieder in Ordnung bringen und Sie bekommen Ihr Geld zurück. Warum hat er denn so einen Pfeil dorthin gemacht, Mr. Krabs? Da ist noch nichts. Naja, vielleicht wollte er mich auch einfach nur irritieren. So, wir sollen zu Cassandra. Eine, ähm, zarte Natur nicht mit eingerechnet. Entschuldigung vielmals. Es gibt wichtigere Dinge als umgekippte Mülltonnen. Es ist keine Mülltonne, sondern ein Eimer. Und er ist Bikini Bottoms einziges Restaurant. Ich kann mir vorstellen, dass alle aus einem Abfalleimer essen wollen, aber das Schicksal des gesamten Universums steht gerade auf dem Spiel. Ach, was? Das Universum kann warten, bis wir einem Freund in Not geholfen haben. Okay. Wir haben wirklich mit Cassandra haben wir jetzt nicht gesprochen, ne? Also, ähm, ja. Warte, bitte keinen Haken treffen. Wieso funktioniert das nicht? Meine Berechnungen sind fehlerfrei. Können wir helfen? Ich brauche eure Hilfe nicht. Aber wenn ihr diese ganze Unordnung wiedergutmachen wollt, dürft ihr mich gerne unterstützen. Hier, nutzt diesen Hochgeschwindigkeitsbewegungsverstärker, den ich eigentlich dafür erfunden habe. Oh, ist das ein Blasensurfbrett? Ja, aber nur mit einem komplizierten Namen kassiert man die Lorbeeren. Ah, jetzt haben wir das freigeschaltet. Mit dem Blasensurfbrettgedöns, wo ich schon Panik geschoben habe. Jetzt soll ich hier hoch. Als ich wieder zu Hause war, habe ich aus Freude Dreck gegessen. Gebe ich gern zu. War gar nicht schlecht. Ah, alles klar. Gut, ähm. Okay, ich dachte, das wäre so ein Button für mich drücken. Und ich dachte mir, warum ist das dann so versteckelt? So, so. Wo ist meine Blume? Da oben ist meine Blume. Okay. Ah, mit Mrs. Puff hatten wir ja schon geredet gehabt. So, lerne Blasensurfen. Ah, okay. Wir springen drauf und dann kommt eine neue Blase irgendwann. Oh, nein. Das war ein bisschen doof. Ah, gut. Das geht doch so. Ich war noch nie hier drin, aber da die krosse Krabbe verschwunden ist, habe ich wohl keine andere Wahl. Gibt es hier irgendwas Essbares? Technisch gesehen, ja. Wir Bürger von Bikini Bottom müssen in diesen schweren Zeiten zusammenhalten. Also lass alle wissen, dass der Abfalleimer seine Rolle als die einzige Nahrungsquelle der Stadt demütig annimmt. Ihr Narren! Langton, ich wusste immer, dass du tief im Inneren ein nützliches Mitglied der Gesellschaft bist. Voll nach diesem Lachen. Erst recht. Und keine Sorge, Patrick und ich werden nicht ruhen, bis wieder alles so ist wie vorher, damit nie wieder jemand im Abfalleimer essen muss. Schöne Aussage. Moment. War der letzte Teil wirklich notwendig? Warum hat er so einen Kuss über sich? Ich würde mal sagen, das ist eine Nebenaufgabe. Findefleckchen ins Versteck, Findefleckchen ins Versteck, Findefleckchen ins Versteck. Ja, wahrscheinlich in jeder Welt, ne? Da oben sind so viele Kisten, die will ich haben. Wo ist denn der Gegner? Ich bin irgendwie ein bisschen ignoriert erst. Das ist schön, ich mag Bikini Bottom auch. Ach nee, das war die Stelle genau, wo ich dann da runter gehüpft bin. Wer bist du? Du standst davor nicht. Oh, ihr zwei seid es! Ich wünschte, ich hätte eine Freundschaft wie eure. Ah, alles, alles klar. Ähm, das kann ich ja immer noch nicht aktivieren, indem ich... Oh, doch. Lieferung kommt! Ah, ich bin runtergefallen. Vielleicht konnte ich es vorher nicht aktivieren, weil, ähm... Ähm... Na? Weil vielleicht zu viel Zeug war. Der kosmische Clibber und so. Haftnotizen kann man also sammeln. Okay. Das war jetzt nur für die Haftnotiz, nehme ich an. Okay. Was heißt nur, ne? Ist ja schön zu erfahren, dass man Haftnotizen hier sammeln kann. Irgendwie... Ich war gerade irritiert wegen dem Geräusch, das dort in der Nähe entsteht. Und entstanden ist. Rassen, so viel reines, pures Gelee, so viel rohe Energie. Für das nächste Kostüm. Es sollte dir vertraut vorkommen, aber lass dich vom Äußeren nicht beirren, wenn du durch das nächste Portal gehst. Oh, meine Karate-Montur. Das modischste Outfit, das ich habe. Mit diesen Seepferdchen gelangen wir viel schneller von A nach B. Und holpriger wird's auch. Diese Gelee-Dinger sehen wie etwas aus, das Thaddeus machen würde, oder? Ja, genau. Ich glaube, er nannte es... Wie lautete das Wort? Kunst. Also, ich nenne sie Samantha. Ah, finde ich gut. Ja, ich mache mir schon ein bisschen was kaputt, ne? Vor allem komme ich mit dem Pferdchen, der da oben auch drauf, ne? Also, hier so. Oh, ne, auch nicht so ganz, okay. Okay, da ist auf jeden Fall das nächste Portal, das haben wir schon mal gefunden. Ich nehme mal auch an, weil wir hier... Also, sagen wir es mal so. Wir haben das Karate-Outfit an. Das ist schon mal ein Hinweis darauf, mit wem wir es wohl gleich zu tun haben. Und die Tatsache, dass das hier der Ort ist, wo Sandy auch wohnt, ne? Wird sich zeigen. Ob wir dann dort sind, wo Sandy hingeraten ist. Jetzt schon für den Moment Angst, dass ich mich vielleicht nicht hier frei bewegen darf. Aber ich kann mich ja ein bisschen umsehen, ne? Da ist nichts. Sieht so ein bisschen aus, als könnte man hier vielleicht hoch. Ja. Keine Ahnung, ob hier irgendwas ist. Aber ich glaube nicht. Sieht eher aus, als würde ich mich noch festbacken. Ich will eine Plinzessin sein. Nein, ich will eine Plinzessin sein. So, kurz hatte sich irgendwie mein Aufnahmeprogramm verabschiedet. Also wieder dieses Aufhängen vom Bild, wo ich nicht weiß, ist es wirklich aufgehängt oder nicht. riskieren wir nichts. Und du bist da nicht wirklich dringend gefangen. Du könntest einfach durch die Gitterstäbe gehen und... Das ist hinten offen. Na ja. Er hat ja nicht um Hilfe geschrien. Sagen wir es mal so. So, gehen wir noch kurz das Gelee einsammeln bei Sandy in der kaputten Kuppel. Und dann durch das Portal. Und holen wir Sandy wieder zurück. Sieht irgendwie aus wie bei einem Filmset, ne? Aber sie sollte ja noch berühmter werden. Spongebob und Patrick sind auf dem Weg. Alles klar. Dann reisen wir mal in die neue Welt. Bin gespannt, was da auf uns zukommen wird. Spongebob und Patrick sind auf dem Weg. Sie schien mir nie wie ein Eichhörnchen, das den roten Teppich liebt. Aber was weiß ich so. Gut, dass ich heute eine extra-cheap Sponge-Gloss aufgetragen habe. Sponge-Gloss. Ich muss zugeben, ich hätte absolut jemanden Größeren für die Rolle erwartet. Aber auf mich wirkt jeder klein. Tut mir leid, rede ich zu viel? Das ist mein erster Tag. Ich bin so nervös. Die Aufnahmen beginnen in einer Minute und 58... Nein, 57... Nein, nein, beeilen Sie sich einfach. Statistisch gesehen halten Regieassistenten nur 0,87 Tage durch, bevor sie entlassen werden. Ich muss besser sein. Zack, zack, hier lang. Geduld ist nicht seine Stärke oder Verständnis oder... Freundlichkeit. Unglaublich, dass das der Star sein soll. Machen wir ein paar Fotos, wenn wir ein paar reinfallen. Wow, sie sind Papier und... Sind sie im Film? Aber nett. Sehe ich aufgeblasen genug aus? Ich habe mich gerade erst aufpumpen lassen. Ich finde die Filmposter sehr schön. So close. Oh, herrlich. Oh, noch mehr. Was war das? Larry. Ja, Larry. Aber das kann ich kaputt machen. Jetzt komme ich da oben. Ist da irgendwie draufstehen müssen? Enter the Spot. Dieser Bereich ist zugangsbeschränkt. Keine Fotobot mehr erlaubt. Sieht nicht. Das war ja auch schon weiter vorne gewesen. Das ist ein komischer Luftballon. Auch noch für mich gesperrt. Das da ist vermutlich auch noch gesperrt für mich. Wie kommst du da auf einmal hin? Hey, ähm, Herr... Herr Schwab... Was machst du denn noch hier? Bitte begib dich zum Ausgang, sonst werde ich gefeuert. Der Regisseur wartet auf dich. Na, du? Wie bist du so schnell hierher gekommen? Sie muss sich vorgedrängelt haben, Patrick. So ein Glück. Bestimmt. Aber gut, dass genau dasselbe hinterfragt wird, was ich auch hinterfragt habe. Ein kleiner Platz reicht schon. Oh, Junge, das ist ja ein großer, schwerer Geleebrocken. So lange er im Käfig bleibt, passiert dir nichts. Vor allem, der hat so schicke Hosenträger an, wo ich mir dachte, oh, die Muscheln sind ein bisschen so platziert, als werden es, ähm, äh, so, dass man die Nippel abdecken möchte. Ja, worauf ich schon wieder gucke, ne? Oh, noch mehr Gelee. Die große Grabe Pizza ist die Pizza super knutsperey. Kann ich hier noch mal probieren? Nein. Ach, ja. Das noch holen. Das noch. Ach, komm, ja, auch so drauf. Gut, dann kann ich mir das, die Kisten ja auch kaputt machen. Ist ja gut. Servus. Lieferung kommt. Oh. Auf Verdacht gegengehauen und direkt mit Gelee belot worden. Okay, da ist noch mal so einer. Also rein theoretisch käme ich auch wieder hoch. Oh, guck mal, hier ist so eine Lampe. Ich dachte erst so, oh, der Bus hat eine Stelle. Aber ich glaube, wir werden die ganze Zeit nur Spongebob spielen. Weil schließlich sind die anderen ja woanders, ne? Sind ja alle verstreut. süß und lieblich. Süß und lieblich. Mal sehen. Ich habe kein Problem damit, wenn wir nur Spongebob spielen. Freue mich aber auch, wenn wir wieder andere Charaktere spielen sollen. so, woop. So. So. Was haben wir? Ja, ist immer gut. War doch klar, dass wir da rein müssen. Oh. Ich weiß nur noch nicht, wie man den besiegt. Ah, okay. Muss angreifen, herumwirbeln. Also generell angreifen. Anscheinend wirbelt er nicht nur herum. Oh, ging doch. Das ging doch, ging doch, ging doch. Super. Moment, für einen Moment dachte ich, das wäre eine Person in dem Käfig in der Ecke stehend. So bibbernd vor Angst oder so. Okay, da hinten ist irgendein... Nein! Ach, das war Flecky! Wie ich sehe. Jetzt auf die Plätze! Der Regisseur ist Tadeus. Er hat eine Mission, SpongeBob! Das ist also Flecky! Geschlossene Mülltauen hau ich jetzt definitiv immer. Paparazzo? Paparazzo? Lieferung kommt! Okay. Komm ich vielleicht von hier drauf? Ja. Ich fliege! So. Dann nur noch mal versuchen zu Flecky zu kommen. Ich wusste nämlich nicht, dass sich das, ähm, bewegt. Oh Gott! Noch ein Stückchen. Da haben wir Flecky schon mal... ...hier gefunden. Wieso sollte der Film Flop werden? Warum? Mir fällt jetzt auch gerade auf. Also erstens haben wir hier alles gekloppt. Und zum anderen, die Zeit ist vorbei. Deswegen passt das ja ganz gut. Und dann machen wir den Schnitt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir Tadeus, dem Regisseur, sprechen. Ich kann das Wort dann aussprechen. Ähm. Und gucken... Oder uns überraschen lassen, ab wann Sandy dazu stößt. Und, äh, wie? Und, ähm, ja... Wir haben ja schon solche ominösen Plakate gesehen. Dieser Film wird ein echter Flop. Ja, das hast du schon mal gesagt. Ah, du bist auch ein Paparazzo. Gut, gut, gut. Okay, gut. Ähm, ja, wie gesagt, ich mach den Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann dann. Tschüss. Eure Tai. cái triggered. oxid Ali Schnittması. Sony. Selbst bloß. c Peach Schepp. fen chromosomes. Consologne. Losernos. 에서는 z disappointing. Fryt.